Vielleicht würde dieses Symbol die Tür in der Krypta öffnen. Niedergeschlagen, dann konnte ich Legacy of Canyon nicht mehr aufnehmen und Dying Light wird auch demnächst kommen, da muss ich aber erstmal aufnehmen. Ich bitte das ein bisschen zu entschuldigen, darum kam auch noch in letzter Zeit Lego Star Wars die ganze Zeit und die Kamera ist mal wieder perfekt, muss man sagen. Die Kamera ist mal wieder ein Schmaus, man kann nämlich nichts sehen, was da drin ist. Aber okay, naja, wenn er jetzt so will. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo müssen wir hin, wir haben in der letzten Folge im Chodian auch immer viele Tusten, aber es kratzt extrem im Hals. Ich glaube wir müssen hier erstmal hin, ne? Brauchen wir erstmal den Feuer Reaver. War der genau? Wir haben auf alle Fälle schon den Speer hingemacht, damit das Blut fließend tut. Wir müssen jetzt die anderen Benen noch die Schlüsse dafür besorgen. Ja, und geht natürlich schon gleich los mit Action hier. Uiuiui. Da konnte man nicht so komisch machen alles. Ich weiß gar nicht mehr wie das war so richtig. Aber wir werden jetzt schon irgendwie rauskriegen. Mann! Ja, so ein Husten, also wer kennt Halsschmerzen und sowas, ist nicht zu scha- äh, ups. Nicht zu Spaß mit. Warum kann ich nicht ähm... Konnte der nicht immer so reinschmeißen? Hat er doch sonst... Mann! Hat er doch sonst immer gemacht. Na, oder? Egal! 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 Ich hoffe, dass man auch nicht so das Klick anhört von dem Controller. Wir waren irgendwie mit denen im Brunnenraum verbunden, denn auch diese Mauer war eingestürzt. Ähm, dass man den Klicker nicht mehr so doll hört. Ich hoffe das. Weil der Controller den halt ein bisschen umgebaut. Ich hab ja gesagt, dass der X-Knopf nicht mehr so richtig funktionierte. Und... Deshalb musste ich den Controller ein bisschen umbauen. Jetzt klackert das natürlich extrem doll. Aber ich hoffe, das stört nicht so doll. So, wir sind wieder hier irgendwie. Aber diesmal war die Mauer eingestürzt. Das müssen wir natürlich... Jetzt müssen wir gucken erstmal, wie wir die... Idioten hier wegkriegen. Wollen wir erstmal ein bisschen Feuer machen. Genau. Brennt in der Hölle. Eure Seelen könnt ihr mir auch nicht... Boah, die eben nicht mal sehen. Irgendwas mit einem Leichnam. Ah, hier unten ist jetzt nämlich auch kaputt gegangen. Wenn wir natürlich bestimmt den Einsperren nicht gesteckt haben. So. Kannst mal die Seelen einsammeln. Es gibt keine Seelen mehr oder was? Was ist denn mit ihm hier? Es muss doch noch Seelen geben. Ich wollte schon meinen. So, dann können wir hier glaube ich nämlich rennen. Oder wir sollten hier rein, auf alle Fälle. So. Wollen wir hier runter springen. Wir sind ja eh schon tot. Von daher... Sollte uns nicht sonderlich stören. Ups. Ah, die Kamera ist mal wieder perfekt. Ähm, und wiegt jetzt schon bei Star Wars, sagt ihr die Folgen werden jetzt immer kürzer. Also wir spielen jetzt nur maximal 15 Minuten. Ähm. Ist einfach besser. Für auch... Zum Beispiel euch anzugucken alles. 15 Minuten gehen doch schneller mal vorbei. Als wenn ich jetzt... Ne, wie war das jetzt? Irgendwie konnte ich doch schießen. Ah, so. Okay. Als wenn man jetzt 20 Minuten oder 25 Minuten... Manchmal hat man ja auch Parts, die ein bisschen länger dienen. 26, 28... Okay, danke. Auch nicht schlecht. Könnte der nicht tauchen? Der konnte doch irgendwie tauchen. Hier unten... Können wir aber nichts entdecken? Boah, die Kamera. Hier unten ist auch irgendwas. Auf alle Fälle müssen wir da nochmal hoch. Mann, der Husten regt mich richtig auf. Aber was tut man nicht alles für die... Cross da draußen? Tut man sich auch mal sowas an? Ich muss ja aufnehmen. Also ich möchte ja das Spiel auch beenden. Ich möchte euch natürlich zeigen... Ähm... Gucken wir das aber jetzt jetzt schaffen hier. Ja. Gerade so. Wie wir das Spiel beenden und was die Schicht nun... Am Ende... Am Ende für uns bereit hält. So. Was haben wir gesammelt? Hälfte von Vorathos Wappen. Okay. Also brauchen wir noch die andere Hälfte. Ähm... Wir brauchen aber trotzdem noch... Wir können ja erstmal in die andere Welt wechseln. Vielleicht können wir da unten irgendwas noch machen. Wenn wir schon mal hier sind. Auf alle Fälle sind hier Seen. Und da... Ähm... Wo jetzt hier lang? Ähm... Können wir nicht sehen. Weil die Kamera nicht möchte, dass wir das sehen. So. Was haben wir noch? Hier ist gar nichts außer eine Seele. Und die... Statue-Dinge. Aber da können wir nichts machen. Irgendwie. Ne. Ach wir können ja auch nichts... Ach stimmt doch. Wir können ja in der Materialienwelt... In der Welt können wir ja ja nichts bewegen. Wir können ja nichts anfassen oder sowas. War doch so. So. Das ist natürlich bitter. Aber egal. So. Wir haben jetzt erstmal das Wappen. Vielleicht öffnet sich dadurch eine andere Tür. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es vielleicht rausfinden. So. Hier können wir wechseln. In die Real-Welt. In die Real-Welt. Und schon wieder Gegner. Aber wir kommen ja nicht anders raus. Also müssen wir die Kalt machen. Manchmal hat man ja... Die Chance dass man... Trotzdem rauskommt aus dem Level, wenn man die nicht tötet. Ja. Da sollte man mal einen anderen Rüber sitzen. Ja. Oh. Oh ja. Jetzt attackiert er uns noch. Ja. Das mit dem Husten tut mir extrem leid. Leute. Ich denke, das hört sich richtig scheiße an. Ja, vielleicht sollte man doch nicht krank aufnehmen. Die sind aber auch hartnäckig, ja? Und noch jemand. Gibt's da gar nicht. Ja, Wind. Wind on the Mars. So, jetzt habt ihr eure verkackten Seelen. Noch jemand, Alter. Die übertreiben aber jetzt wirklich mit die Kacke. Und noch welche. Ach, ist das jetzt echt? Irgendwann ist ja auch mal gut, ne? So, ich denke mal, das ist der letzte jetzt. Ich denke mal schon, das ist der letzte hier noch. Ne, wo muss noch einer sein? Tor ist noch nicht auf. Mann, ey. Da haben sie aber wirklich Kacke einfallen lassen. So viele Gegner, Alter. So viel so ein... Kacktor, sag ich mal. So. Hau rein, Digga. So, jetzt sind wir erstmal... Ah, hier können wir hochklettern, okay. So, dann hätten wir erstmal das Wappen. Das ist bloß die Frage. Die machen wir jetzt nicht. Das ist mir zu blöd. Ups, oder? Manch. Manch. Manch, manch. Manch, mann. Alter, der wird doch wohl mal... Mäh. Sag mal. Warum springt der denn nochmal daneben? Du sollst dich da festhalten und dann hier rüber. So. So, genau. Und dann da rüber. Top. Läuft. Läuft bei dir. So. Da war der Kamin auf alle Fälle. Hier war auch nochmal ein Kamin, aber da können wir nur schmachen. Hm. Hier brauchen wir noch einen anderen Weaver. Auf alle Fälle. Hier war... Ja, hier war ja das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Hier war die Vorhalle. Von dem Anwesen. So, dann werden wir mal hier wieder zurück. Die Seelen schnell einsammeln. So. Über. Boah. Alter. Ich werde schon fast runtergefallen wieder. Dann werde ich schon wieder gestorben. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ähm. Warum die Kamera jetzt immer festbleibt, verstehe ich eigentlich nicht. So. Hier sind wir rinjang, ne? Oder sind wir hier nicht rin? Mal gucken. Das ist ja alles so verwirrend hier mit den ganzen Räumen. Na euch werde ich jetzt mal nicht kümmern drum. Ja, ihr könnt mal abhauen. So. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier war der Brunnen auf alle Fälle. Mal gucken. Achso, dann ist... Ah, okay. Hm. Verstehe ich schon. Das eine ist nämlich die andere Seite und das... Also man kommt... Auf Benseiten kommt man eigentlich hierher. Ach, da brauchen wir ja den Luftweaver. Stimmt. Also von Benseiten kommen wir da hin. Also ist das die Alwöscher, Mann. Mensch. So. So. Haben wir das jetzt gemacht? Sind wir hier rinjang? Oder... Oh, Mann. Hier war der. Keine Ahnung. Kann man nicht richtig sehen. Ah, doch jetzt. Also der Luftweaver. Oh, hier sind Gegner. Also muss ja hier irgendwas sein. Wissen wir ja. Wo Gegner sind, ist immer Action. Wollen wir verarschen? Sollt ihr die verarscher? Hm. Verarscher sind das. Ah, okay. Jetzt sind wir hier wieder. Brennen in der Hölle. Oh, der dreht mich richtig auf. Mit dem Kack husten. So. Mal gucken. Bevor die Folge endet. Die Tür ist noch nicht... Also da ist noch nicht kaputt. Da brauchen wir noch ein... Mal hier runterjumpen. Boah, man kann gar nichts sehen. Auf alle Fälle. Was? Ich hab nichts verstanden. Ich hab nichts verstanden. So, wo kommen wir denn hier raus? Ach da. Ja, ja. Oh, hier ist noch eine alte. Krass. Ah, hier können wir noch leider nichts machen. Also war es eigentlich umsonst hier hergerannt. Leider, 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 leider. Also hier können wir noch nichts machen. Da müssen wir, oder ihr müsst natürlich, bis zur nächsten Folge warten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Legacy of Cain. Ich bin raus und ciao. Bis zum nächsten Mal.